Ja, tut mir leid, Leute. Ich dachte jetzt wirklich, dass man mit dem Wagen was rausholen, was rausfahren kann, aber eher nicht. Aber da wir jetzt eh in diesem Rennen eine Tankstelle haben, können wir den Wagen auch direkt wieder wechseln. Wie gesagt, tut mir leid. Also ich wusste wirklich nicht, dass das jetzt so failen wird. Normalerweise hätten wir das Rennen locker geschafft, wenn er mehr als 240 packen würde, die alte Kiste, ey. Okay, da fährt ja auch mal das Wagen schneller, ganz ehrlich. Oh geil, wir haben den Fort GT gleich wieder, okay. Perfekt. Dann müssen wir auch nicht wechseln, alles klar. Den behalte ich auch jetzt erstmal, den Fort GT, weil er geil ist. Also fahren wir wieder dieses Rennen. Und diesmal ohne harte Fails bei der ersten Probe. So, sollen wir hier ein bisschen Wind schatten? Vorne sehe ich den nächsten Kontrollpunkt. Beziehungsweise den ersten. Okay, passt schon. Umsäuber überholen, ist mir gerade egal. Ja, seht ihr, mit dem Wagen geht's deutlich schneller. Geht deutlich. Schnell überholt mal drei, schade. Lach dir jetzt. Ich muss die wirklich schnell überholen. Okay, diesmal nehmen wir auch direkt diese Abkürzung. Verpennen das nicht? Oh Gott! Ja, man, diese scheiß Masten immer. Oh ja, geil! Wie man toll resettet wird! EA, Bro! Man wird hier ja echt gut resettet, Leute. Ja! Tja, mein Freund. Da habe ich dich wohl umgenietet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott, wir werden... Schaffen wir es überhaupt noch? Ja, sicher. Da kommen auch schon die nächsten Lappen. Was ist denn das? Boah, Alter, wie wir alles umfahren hier. Also, Mustwondle werde ich auf jeden Fall auch nochmal fahren. Da kann man nämlich schön die Cops umnieten. Wenn wir jetzt so schön schön die Fahrer umnieten können. Was meint ihr wohl? Was sind wir in Mustwondle abgehen? Wenn wir die ganzen Cops mit Verfolgerfallen umnieten können und alles. Das ist mit Richtigkeit. Da verbrechen wir schon drauf. Muss ich es gerade mal auf meinem PC umlaufen kriegen, weil es bei Mustwondle ja so ein paar Probleme gibt. Weil es ja eigentlich nicht für Windows 7 ausgelegt ist, sondern für Vista oder XP. Okay, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube eher, dass es für XP ausgelegt ist. Und das war wieder richtig schlecht von mir. Ich hätte einfach rechts bleiben müssen. Ich bin ein Vollidiot. Ja gut. Das weiß eigentlich jeder, der meine Display schaut, aber egal. So. Unnötige Reset for the win. Wo war ich? Ach ja, genau. Need for Speed. Mustwondle ist ja eigentlich nicht für Windows 7 ausgelegt. Deswegen habe ich ein paar Probleme, das auf meinem PC zum Laufen zu kriegen. Ich werde auch demnächst mal so ein Video machen, wo ich meinen Desktop aufnehmen werde und zeigen werde, was da bei mir da falsch war. Und vielleicht kennt sich ja damit einer von euch aus. Und der kann mir das dann sagen. Also was da bei mir falsch war, oder hat er das gleiche Problem gerade nicht tatsächlich hinbekommen? Aber bei mir will das Spiel nicht so recht. Es wäre halt schön, wenn wir das hinkriegen würden. Wäre halt das nächste Projekt, glaube ich. Ich werde davor, vor, ähm, Mustwondle werde ich nochmal, ähm, Hot Pursuites playen. Da hatte ich auch schon eine Testaufnahme hochgeladen. Und nachdem ich das gemacht habe, ähm, kommt danach, ähm, Mustwondle. Das sind halt die 4-Speed-Nebenprojekte, also Mustwondle wird schon ein bisschen länger dauern als The Run, schätze ich mal. Weil es einfach mal ein geileres Spiel ist. Und außerdem werde ich da auch einige Rennen machen, auch freie Fahrten ein bisschen genießen. Also das ist ja nicht so wie in einem Durchlauf bei The Run. Und ich mach mal kurz auf die Pause-Taste, weil ich mir kurz mein Ohr krassen muss. Ah, das tut gut. So, dann fahren wir mal direkt weiter. So, wir losen mich jetzt nicht ein, einfach weil ich es sage. Fahren wir die Hütchen um, weil ich es kann? Naja, der darf uns ja gar nicht überholen bis zum Ziel. Dann geben wir mal ein bisschen Stoff. Ja, das schaffen wir locker. Wir würden es noch einholen würden. Geben wir noch Nitro und wir haben es geschafft. Wieder mit einem unnötigen Reset, das war... Oh, Leute. Naja, egal, das passt schon. Position 54 sind wir schon. Noch vier Positionen müssen wir gut machen. Dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir es geschafft. So, wieder haufenweise XP. Naja, gut, so viele auch wieder nicht. Und wir setzen The Run fort. Nächste Location. Kennedy Expressway Park Ridge. I.L. I.L. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. I.L. Oder I.L. Auf Englisch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es halt wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich freuen. Die Gang wartet mit einem Begrüßungskomitee in der Stadt auf dich. Danke für die Vorwarnung. Bitte sei nicht leichtsinnig. Keine Sekunde. Dass du dich schon kümmerst. The fuck. Alter. Alter, sind sie noch alle? Die Warnung kommt ein bisschen spät. Mach sie fertig, Tiger. Kampf bis zur 50. Position. That's right, bitch. Wir werden jetzt alles aufhören. Wow, da fliegt ein Flugzeug lang. Geile Sache. Gib Stoff, Junge. Gib Stoff. Wir müssen vier Gegner besiegen. Wir fahren durch eine Mautstelle. So, zack. Ich bin froh, dass wir nicht den scheiß Lenzer haben. Derweil er viel zu langsam war. Der Lenzer hätte jetzt schon die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Unser Fort GT hat gerade mal die Hälfte seiner Höchstgeschwindigkeit erreicht. Wahrscheinlich. Von dem wir die Abkürzung haben sie uns nicht überholt. Und wir haben es geschafft. Und da vorne ist der nächste Kontrollpunkt und die Abkürzung, die wir auch gleich mitnehmen werden. Weil ich auch mal auf die Minimap gucke zur Abwechslung. Mache ich das sonst nie. Oder kaum. Daher von mir gewohnt. Aber egal. So, Windschatten, Windschatten, Windschatten. Wo ist der Windschatten? What? Da ist der Lastwagen. Oder nicht der Lastwagen. Da ist der Familienwagen. Das war, glaube ich, ein Audi war das. Ich bin jetzt nicht drauf geachtet. Wenn es kein Audi war, weiß ich nicht. Aber es ist damit nach dem Audi. Oh, scheiße. Wir müssen uns gleich schweilen. Los, 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 los. Ich kollidiere nicht, ich kollidiere nicht, ich kollidiere. Kommt. Yeah. Gegner besiegt. Boah, das war filmreif, Leute. Das war richtig filmreif. Da vorne ist der Nächste. Da werden wir auch noch locker aufholen. Mit dem Lenz hätten wir es mit Sicherheit nicht geschafft. Also bin ich froh, dass wir den Fort G10 noch behalten haben. So, überholen wir den mal. Wir müssen noch 15 Sekunden unsere Führung halten. Oh, gut, hier kommt kein Gegenverkehr. Das ist sehr gut für mich. Weil ich ja sehr gerne mit Wagen zusammenstoße, die mir entgegenkommen. Das kennt ihr ja. Wir geben noch ein bisschen Nitro. Das war auch nicht überholt. Und wir haben den nächsten Gegner besiegt. Wir haben noch den schönen Bus weg, damit er längst ran fährt. Ach, danke, dass du mir Platz gemacht hast. Finde ich ja sehr nett von dir. Das ist Position 50. Alter, ja. Wenn wir ihn mal überholen würden. Der lässt sich aber auch nicht überholen. Das war der, der uns angeschossen hat, oder? War das oder waren das die, die uns überholt haben? Oh, scheiße. Ja, immer diese Wagen im Weg stehen. Oh, 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 oh. Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich drück doch auf die Tube. Hallo? Wagen? Mach jetzt keinen Scheiß. Mach jetzt keinen Scheiß. Mach jetzt keinen Scheiß. Mach jetzt keinen Scheiß. Okay. Gegner besiegt und jetzt noch ins Ziel durch die Mautstelle, weil wir kein Geld dabei haben. Und wir haben es geschafft. Wir sind 50. Ja, geile Soundlacks wieder. Echt toll. Aber Leute, ich weiß echt nicht, was das mit den Soundlacks bei sich, ähm, bei, auf sich hat, bei meinem PC. Ich weiß, normalerweise läuft das Spiel ja flüssig jetzt. Läuft er die ganze Zeit flüssig, außer wenn da halt Framedrops kommen, aber egal. 1.000 XP erhalten, perfektes Rennen. Oh, da hab ich gar nicht drauf geachtet. Perfektes Rennen. Und nochmal 100 XP. Cool. Ein ganz viel XP bekommen. So, setzen wir bei Runfort. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt vom Spiel schlecht synchronisiert war, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Das war der, der uns am Anfang in die Müllpresse da gesteckt hat. Markus stammt aus einer Chicagoer Familie. So, Leidenschaft für Autos wird von seinem Onkel finanziert, der alle Fäden zieht. Außer zu gewinnen, besteht Markus Hauptmotivation darin, Jack aus dem Rennen zu werfen. Für immer. Den hatten wir, glaube ich, schon, oder? Das Profil von dem. Naja, egal. Fülle da nie drauf, wenn du in dem Schlepp fährst. Bla, bla. Kennen wir schon. Wow, geil. Das sieht ja mal richtig geil aus. Wir sind anscheinend in Chicago schon angekommen. Besiege Markus Blackwell auf jeden. Das werden wir schaffen. Das werden wir schaffen, Leute. Wer hat das drauf? Das ist scheiße. Scheiße. So. Das ist ein ganz schöner Zahnrohr, muss ich sagen. So, lenken wir mal. Wow, nicht zu sehr. Oh Gott. Immer diese dummen Abkürzungen. Ja, falsche Richtung. Ich fahr doch gerade aus. Was? Ein Kilometer? Willst du mich verarschen? Warte, ob ich das jetzt noch schaffe, Leute. Guck mal, diese... Oh Gott, was ist das denn? Ach, geil. Wir können einfach mal alles umfahren. Finde ich gut. Ja, sich. Okay, fahren wir jetzt hier lang. Weil ich's kann. Okay, daneben nicht. Was ist denn jetzt los? Warte, constitu. Bitte die Sph으면. Ja, ich will.